Schätzliche Kundschaft, das erste Highlight auf unserer Entdeckungsreise durch die Welt der Weine, ob rot oder weiss, wird schon bald der Fall sein. Christian, zu was hast du dir Gedanken gemacht und was wird das erste Thema sein mit der ersten Dekonstration? Liebe Kunden, ich habe mich in einem Vorkauf Semper aus dem Wallis, schweizerweit, die Top-Linie, Reserve der Administrateur vorzustellen. Sicher ein tolles Produkt aus der Gemeinde Chamosor, absolut die besten Terroranlagen mit einer riesen Vielfalt von verschiedenen Aromen, die uns sicher viel Freude bringt. Ich freue mich auch, diese Weinen zu zeigen, zu probieren und vorzustellen. Zum Wohl! Und es wäre am 19. Mai bei uns an der Konstanzerstrasse 9 in Rossruthi. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!